Was soll ich sagen, 39, 27 waren klar die bessere Mannschaft, haben das am Ende locker runtergespielt und sind halt sehr froh, dass wir die Punkte hier geholt haben, hätte auch anders laufen können und dementsprechend fahren wir jetzt wieder voller Freude nach Hause und hoffen auf eine Vollsperrung, damit wir ein bisschen mehr Zeit im Bus haben. Wir haben heute gegen Loggerich unser vorletztes Heimspiel gehabt. Wir haben es nach einer nicht ganz so guten Leistung 27 zu 39 verloren. Wir haben schon in der ersten Halbzeit gut angefangen. Die ersten zehn Minuten war es wirklich vernünftig. Danach war unsere Fehlerquote im Angriff schlicht und ergreifend zu hoch. Wir haben Loggerich zu Tempogegenstößen eingeladen, lagen schon zur Halbzeit weit hinten, nicht auf mit 7. In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild leider dann auch nicht. Wir haben es selten geschafft, so einen Druck aufzubauen in Angriff wie in Abwehr, dass wir zu eigenen Chancen im Angriff gekommen sind und hinten mal den Loggericher SC wirklich vom Torewerfen abgehalten haben. Wie gesagt, hinten raus zu hoch verloren. Unsere Chanceverwertung war eigentlich gut. Insgesamt sollten wir da wesentlich mehr auf die Plötte bringen und das ist uns heute leider nicht gelungen, verdient verloren.